Grüß euch, ich bin der Lukas, ich bin Berg- und Skiführer bei Firma Alpin. Ich zeige euch jetzt anhand vom Szenario, das wir vorbereitet haben, also einen Rucksack vergraben mit meinem LVS-Gerät auf Senken, das simuliert eine Verschüttung und anschließend zeigen wir euch die Suche, wie man da vorgeht. Wenn ein Lawinenunfall passiert, dann ist es mal am Anfang wichtig, dass ich mir einen Überblick verschaffe. Wie viele sind verschüttet, wie viele fehlen von der Gruppe oder was ist überhaupt passiert. Als nächstes mache ich natürlich sofort den Notruf, wenn er ohne Zeitverlust möglich ist, weil der Faktor Zeit ebenso eine wichtige Rolle spielt. Wenn ich jetzt aufs Suchen bin mit meinem LVS-Gerät, dann lege ich, dass ich so schnell wie möglich ein Signal kriege. Wenn ich andere Gruppenteilnehmer dabei habe, dann ist es wichtig, dass die ihre Geräte ebenfalls aufs Suchen stellen oder an einem sicheren Platz, sogar auf Aus, damit mich niemand stört. Ich laufe in Richtung Lawinenkegel und gehe den Lawinenkegel in den Suchstreifen ab. Sobald ich ein Signal habe, folge ich dem Pfeil auf dem Gerät und lege, dass die Distanz geringer wird. Je näherer ich komme zum Verschütteten, desto langsamer bewege ich mich fort und desto genauer wird die Suche. Wenn ich jetzt zum Punkt, wo der Verschüttete liegt, komme, dann ist da ein wichtiges Einkreuzen. Anschließend folgt die Sondierung und das Ausschaufeln. Ein wichtiges Detail ist, wenn ich einen Verschütteten aus einer Lawinen ausgegraben habe, dann fängt das Ganze erst an, damit ich Erste Hilfe machen muss, dass ich einen Verletzten versorgen muss. Und das ist natürlich etwas, das man vielmals vergisst in der Übung. Und das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das auch zum Üben ist und regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse da viel bringen.